Hallo zusammen! Er sieht uns so herausfordernd an, weil er weiß, wir werden ihn niemals kriegen. Nur Schwächlinge gehen um die Berge herum. Coole Jungs verschieben sie einfach. Er hat jetzt ganz bestimmt Angst, aber ganz sicher nicht so viel wie dieser arme Kerl, der in eine Felsspalte eines 305 Meter hohen Berges gestürzt ist und dort 48 Stunden auf seine Rettung warten musste. Hat jemand eine Idee, was hier los ist? Wow, wow, sachte! Es ist höchste Zeit, von den Bergen herunterzukommen. Versucht mal Leute zu zählen, die gesagt haben, ich denke, es ist unnötig, das Zelt am Boden zu fixieren. Oh mein Gott, wir werden alles sterben! Also der Tornado zieht an uns vorbei, wie Sie es sehen! Der Tornado zieht an uns vorbei! Wow! Hahaha! Geile! Hier, einmal winken! Hallo, hallo! Tornado, bye bye! Also meine Damen und Herren, wir haben es geschockt! Schon mal das neue Tesla-Modell Medium gesehen? Ich bin sicher, aber ich bin nur jemand. 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 Drückt den Gefällt mir Button, wenn dieser wunderschöne Vogelzug euch an eine Alien-Invasion denken ließ. Florida erinnert bisweilen sehr an Pandora. Und dieser Bienenstock sieht aus wie ein Auto. Wenn ihr 100 Dollar habt, dann fehlen euch nur noch 84.900 Dollar, um dieses Spielzeug zu kaufen. Musik Musik Ein handelsüblicher Maulwurfsschreck würde da kaum Abhilfe schaffen. Musik Wenn man bei einer ersten Begegnung mit jemandem mit einem breiten Lächeln begrüßt wird, heißt es noch lange nicht, dass sich daraus eine angenehme Bekanntschaft ergeben würde. Musik So sieht eine Bewegung mit einer Geschwindigkeit von 10.600 kmh aus. Musik Besser gesagt klingt, in einer Sekunde legt das Ding über 1,5 km zurück. Deshalb ist es selbst in einer vierfachen Zeitlupe kaum zu erkennen. Musik 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 Wie man ein ganzes Viertel dazu bringt, mit einem anderen Fußballklub mitzufiebern. Musik 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 Die Szene dürfte euch genauso zu Tränen rühren wie die Mutter dieses kleinen Gentlemans. Es wäre nicht ganz richtig zu sagen, dass ein Hund weggelaufen ist. Die Szene dürfte euch nicht mehr zu sehen, dass ein Hund weggelaufen ist. Die Szene dürfte euch nicht mehr zu sehen. Die Szene dürfte euch nicht mehr zu sehen. Die Szene dürfte euch nicht mehr zu sehen. Wenn ich so etwas in ihrem Alter gesehen hätte, wäre ich wahrscheinlich verrückt geworden. Schöne! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 All dies und doch vieles mehr erwartet euch auf unserem Kanal, abonniert uns, ihr werdet es nicht bereuen.